Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch 10 Tipps und Tricks zeigen für das Redmi 14C. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist fürs Display. Das ist ja riesig, mit 6,88 Zoll. Und wenn ihr das Telefon tatsächlich mal mit einer Hand benutzen wollt, dann kommt man oben ganz schwierig ran. Aber es gibt eine coole Möglichkeit, das Ganze ein bisschen komfortabler zu gestalten, indem man einfach die Navigationsleiste benutzt und von innen nach außen zieht. Dann kommt mich der obere Teil einfach nach unten. Klasse, oder? Es gibt noch eine zweite coole Möglichkeit, zum Beispiel wenn ihr diese Benachrichtigungen hier haben wollt, die sind ja auch hier schwer zu erreichen mit dem Daumen und so weiter und so fort, wenn es in der Hand liegt. Deshalb zweimal ganz leicht auf die Ein- und Austaste tippen, nicht drücken, sondern zweimal nur ganz leicht drauf tippen, dann kommt diese Benachrichtigungsleiste hier runter. Seht ihr das? Also richtig cool. Aber nicht wundern, wenn das alles gerade nicht funktioniert hat bei euch, weil das muss man beides tatsächlich erstmal einstellen. Dann scrollen wir mal runter hier, tippen wir auf das Symbol für die Einstellung. Dann gehen wir runter zu dem Punkt Weitere Einstellungen. Und hier haben wir zum Beispiel den Einhandmodus. Da klicken wir mal drauf und der muss jetzt wie in meinem Fall blau markiert sein. Einfach den dann so tippen, dass der blau markiert ist und dann quasi kann man hier die Navigationsleiste benutzen. Das ist egal, ob ihr jetzt nach links zieht oder nach rechts. Also es geht auch zu der Freiseite hier. Dann kommt das Display runter und man kann es jetzt sozusagen den oberen Bereich auch ganz bequem bedienen. Und wenn ihr wieder raus wollt dort, klickt ihr hier einfach ins freie Feld und das Display kommt wieder auf den normalen Modus. Und auch der zweite Punkt, den muss man einstellen, indem wir hier zweimal berühren, die Ein- und Austaste, da kommt ja die Benachrichtigungsleiste und wieder zweimal berühren, ist sie wieder weg. Auch diesen Punkt müssen wir einstellen. Wir scrollen halt hier runter, tippen auf das Symbol für die Einstellung. Dann gehen wir runter auf den Punkt Weitere Einstellungen. Und hier finden wir jetzt auch den Punkt Gesten Kurzbefehle. Und hier brauchen wir den letzten Punkt, den Fingerabdrucksensor zweimal antippen und dann klickt ihr drauf, was dann eben passieren soll, ob überhaupt was passieren soll. Ich finde das mit der Benachrichtigungsleiste am besten. Also wie ihr den ersten Punkt teilt. Und das bedeutet wirklich, wenn ihr zweimal hier rauftippt, habt ihr die Benachrichtigungsleiste. Also nur rauftippen, nicht drücken und zweimal wieder, da ist er wieder weg. Also super praktisch, gerade wenn man das Telefon mal mit einer Hand benutzen möchte. Wenn man möchte, kann man noch ein paar mehr Funktionen hinzufügen, zum Beispiel hier bei unserer Navigationsleiste. Wir haben hier die Zurück-Taste, die Home-Taste und die zuletzt geöffneten Apps-Taste. Nehmen wir mal hier die Zurück-Taste. Wenn wir irgendwo drin sind, Tiefe im System und so weiter und so fort, dann können wir zum Beispiel mit der Zurück-Taste einen Schritt zurückgehen, so dass wir wieder bei der vorherigen Seite sind. Aber man kann diese Taste auch länger gedrückt halten und kann dann auch Optionen ausführen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wir scrollen mal runter hier, tippen auf das Symbol für die Einstellung. Dann gehen wir runter zu dem Punkt Startbildschirm. Jetzt müssen wir ein bisschen nach unten zum Punkt Systemnavigation. So, und hier haben wir den Punkt Tastenverknüffung. So, und jetzt können wir zum Beispiel sagen, was wir haben möchten, wenn wir eben lange die Zurück-Taste halt drücken. Klicken wir mal hier und nehmen da zum Beispiel mal hier die Taschenlampe, also Lampe anschalten. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel einmal kurz klicken, sind wir einen Schritt zurück, aber wenn wir jetzt länger gedrückt halten, ist unsere Taschenlampe an. Wieder länger gedrückt halten und die Taschenlampe ist aus. Also super, super praktisch kann man noch das eine oder andere hinzufügen. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, das ist für unsere Augen. Denn wir gucken alle nun mal viel zu häufig auf Smartphone-Display. Und ja, es gibt den Augen eine ganze Menge Stress. Aber es gibt eine Möglichkeit, diesen Stress zu reduzieren, selbst dann, wenn ihr aufs Display schauen müsst. Ich zeige euch schon mal, wie. Wir scrollen mal runter hier, tippen dann auf das Symbol für die Einstellung. Dann brauchen wir den Punkt Bildschirm und Helligkeit. Und hier gibt es einen Punkt, wenn wir ein bisschen runter scrollen, der nennt sich Lesemodus. Der ist nicht nur, wenn ihr etwas lesen wollt, sondern generell für das Smartphone-Display. Wir klicken das Ganze mal an hier. Jetzt müssen wir den oben nochmal aktivieren hier, Lesemodus. So, dass es blau markiert ist. Einfach mal klicken hier. So, jetzt ist es aktiv. So, jetzt gibt es hier zwei Modis, Zeitraum und Klassisch. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass das Display sich jetzt so leicht gelblich gefärbt hat. Das ist ein Blaulichtfilter sozusagen. Das Blaulicht wird hier in Teilen rausgefiltert. Wenn ihr das Maximum rausquetschen wollt, dass ihr wirklich fast alles vom Blaulicht hier raus habt, müsst ihr auf Klassisch hier tippen und dann nochmal auf den Pfeil. Und hier könnt ihr die Farbtemperatur festlegen, denn je wärmer die Farbtemperatur ist, desto besser ist es für eure Augen. Zu Beginn sehr, sehr ungewohnt, aber wie gesagt, eure Augen werden es euch danken. Ansonsten, wenn ihr nicht damit klarkommt, dann geht hier oben auf Zeitraum. Das geht auch, das ist halt ein bisschen abgeschwächter. Aber letztendlich, wenn das meiste hier rausholt, dann geht auf Klassisch. Im Übrigen beeinflusst das auch euren Schlaf. Also ihr werdet viel, viel besser schlafen, wenn ihr diesen Blaulichtfilter anhabt. Probiert das einfach mal aus. Wenn wir jetzt schon in der Nacht sind oder halt bei den Abendstunden, dann kennt ihr das vielleicht, wenn ihr auf so einen grellen Bildschirm schaut und alles ist dunkel um euch herum, ist ja auch nicht so komfortabel für die Augen. Auch da gibt es so einen sehr entspannenden Modus für die Augen, so einen dunklen Modus. Ich zeige euch mal, wo ihr den findet. Wir scrollen mal hier runter, scrollen nochmal runter. Da haben wir übrigens mehr Auswahlmöglichkeiten hier. Und unter anderem haben wir da so einen Dunkelmodus. Und wenn wir den mal aktivieren hier, dann wird halt vieles, was vorher hell war, dunkel. Und das ist wesentlich entspannter für eure Augen, gerade nachts. Aber tagsüber ist es nicht so komfortabel manchmal für die Augen. Also es geht auch, aber es ist nicht perfekt. Und damit ihr das nicht immer ein- und ausschalten müsst, gibt es die Möglichkeit, das zu automatisieren. Dafür halten wir einfach mal diesen Punkt dunklen Modus hier gedrückt. Dann sind wir in den Einstellungen. Dann klickt ihr jetzt mal hier auf Dunkelmodusoptionen und gleich den ersten Punkt hier in den dunklen Modus wechseln. Denn jetzt können wir halt hier so festlegen, dass sich der dunkle Modus bei Sonnenuntergang automatisch einschaltet. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, dann schaltet sich dieser dunkle Modus automatisch aus. Also eine super praktische Sache. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, das ist zum Energiesparen. Wir haben ja alle nun mal eine Zeit am Tag, wo wir das Telefon nun gar nicht brauchen, wenn wir schlafen. Jetzt kann man das Telefon natürlich immer ausschalten und so weiter und so fort. Der ein oder andere macht das bestimmt schon. Aber man kann das auch automatisieren, dass sich das Telefon automatisch ausschaltet und dann auch automatisch wieder einschaltet. Ich zeige euch mal, wie ihr das machen könnt. Wir scrollen hier mal runter, tippen dann auf das Symbol für die Einstellung. Dann gehen wir mal runter zu dem Punkt Akku. Und hier gibt es den Punkt zusätzliche Funktionen. Und hier kann man dieses Ein- und Ausschalten planen. So, jetzt haben wir hier unten die Ausschaltenzeit zum Planen. Wenn wir das mal aktivieren. Jetzt könnt ihr euch sozusagen die Ausschaltenzeit planen hier. Könnt ihr die verändern und so weiter und so fort. Zum Beispiel jetzt 22.30 Uhr. Dann klickt man auf OK. Jetzt kann man hier unten noch auf Wiederholen tippen, ob man das wirklich täglich haben möchte oder halt nur wochentags. Aber kein Problem, sage ich euch, wenn das Telefon sich mal ausschaltet. Du könntest jederzeit wieder einschalten. Also alles in Ordnung. Also ihr könnt das tatsächlich täglich machen. Ja, und wenn man es dann entsprechend wieder einschalten möchte, morgens automatisch, zum Beispiel um den Wecker zu hören, kann man das auch gleich wieder machen und so weiter und so fort. Ich kann auch hier wieder seine Zeit aktivieren. Vergiss nicht oben nochmal diesen Haken hier zu bestätigen, dieses Häkchen. Nur dann ist es nämlich gespeichert. Und dann spart man tatsächlich, auch wenn man es mal vergisst, hier eine ganze Menge Energie. Denn das Telefon schaltet sich nun automatisch aus. Ja, das Nächste, was ich euch zeigen möchte, ist eure Kamera. Die hat ja 50 Megapixel. Aber tatsächlich macht ihr immer nur Fotos mit 12 Megapixeln. Wenn ihr die volle Auflösung haben wollt, also die 50 Megapixel, dann müsst ihr noch wohin swipen. Ich zeige euch mal, wohin. Erstmal gehen wir erstmal auf die Kamera. So, und jetzt sind wir hier bei Foto. Und wenn ihr hier ein Foto macht, wie gesagt, immer nur mit 12 Megapixeln. Wenn ihr die volle Auflösung haben wollt, dann müsst ihr hier nach rechts swipen, wie es so schön neudeutsch heißt. Und erst dann sind wir wirklich hier auf dieser 50 Megapixel Kamera. So, jetzt haben wir ein paar Nachteile. Also wir können halt nicht unbegrenzt reinzoomen, sondern nur zweifach. Zoom haben wir hier drin. Ihr müsst die Hand wirklich ganz still halten, wenn ihr Fotos macht. Und die Lichtverhältnisse sollten halbwegs vernünftig sein. Dann habt ihr wirklich gute Karten, ein richtig nettes Bild mit voller Auflösung zu bekommen. Allerdings verbraucht es auch mehr Speicherplatz. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, für die normalen Fotos will ich nicht so viel Speicherplatz haben und ich will auch mal bei dunklen Verhältnissen Fotos machen, dann ist tatsächlich die normale Fotofunktion immer hier die bessere Wahl. Ja, apropos Fotos. Ihr könnt auch ein Bildschirmfoto machen, also sozusagen ein Foto hier von eurem Display. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Da gibt es mehrere schöne Möglichkeiten, zum Beispiel hier über die Tasten. Mit der Ein- und Aus-Taste und der Leiser-Taste, wenn wir die ganz kurz zusammenklicken, dann haben wir hier einen sogenannten Screenshot. Dann haben wir hier auch gleich die Vorschau. Nochmal, die Ein- und Aus-Taste und die Leiser-Taste einfach ganz kurz zusammenklicken und wir haben ein Bildschirmfoto. Wenn ihr übrigens hier raufklickt auf die Vorschau, habt ihr noch die Möglichkeit, über den Stift hier was zu editieren. Zum Beispiel, was ich immer ganz cool finde, ist dieses Zuschneiden hier mit diesem Symbol. Da könnt ihr nämlich nur ein Teil halt ausschneiden hier von einem Foto. Macht sich sehr gut, zum Beispiel, wenn ihr hier mal ein Foto für eine Webseite abfotografieren wollt und so weiter und so fort. Vergesst nicht, auf das Hexchen hier zu klicken und dann nochmal auf Speichern, weil nur dann ist es in der Galerie hinterlegt. Aber die coolste Möglichkeit, so ein Screenshot zu machen, ist mit drei Fingern. Die zieht ihr dann einfach runter über das Display hier und ihr habt auch ein Bildschirmfoto. Nochmal einfach drei Finger nehmen, runterziehen und ihr habt ein Bildschirmfoto. Für die Videofreunde von euch, man kann auch ein kleines Video hier machen von euren Aktionen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Tutorial machen wollt für eure Freunde oder vielleicht, wenn ihr hier so ein Spiel gerade spielt auf dem Gerät und ihr das aufnehmen wollt und vielleicht hochladen wollt, könnt ihr das auch tun. Jetzt zeige ich mal, wie das funktioniert. Wir scrollen mal runter hier, scrollen nochmal runter, dann haben wir mehr Auswahl, wie wir schon gelernt haben. Unter anderem finden wir dann hier den Punkt Bildschirmaufnahme. Das ist ein Bullion mit der Kamera, da klicken wir mal drauf. So, dann haben wir hier so ein kleines Tool. Wenn wir das antippen, dann können wir das hier, oder drückt halten, können wir das überall hinbewegen, wo es nicht stört. Mit dem roten Button, ist klar, starten wir das Video und dann wird es fast unsichtbar hier. Und wenn wir hier mal rauftippen, dann ist es wieder da und wenn wir nochmal rauftippen, dann stoppt das Video auch. Daneben haben wir so einen kleinen Ordner, da befinden sich nämlich eure Bildschirmaufnahmen drin. Ich habe da schon ein paar gemacht. Aber ich würde euch immer empfehlen, bevor ihr startet, geht auf dieses Einstellungssymbol. Da könnt ihr noch das Ganze nochmal ein bisschen verfeinern. Zum Beispiel die Auflösung, die Videoqualität. Da wird einfach festgelegt, wie ich es schon sagte, in welcher Bildschirmauflösung es kommen soll, in welcher Videoqualität es kommen soll. Aber beachtet bitte, je höher die Videoqualität ist, je höher die Auflösung ist, desto mehr Speicherplatz verbraucht das Ganze. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein simples Tutorial machen wollt für eure Freunde, braucht ihr nicht die superhöchste Auflösung. Und auch sehr, sehr wichtig halt, hier ist die Tonquelle. Klickt ihr dann mal an hier, ob ihr jetzt nur den Systemton haben wollt, also zum Beispiel die Töne von der App, wenn ihr gerade spielt, oder ob ihr parallel dazu was sagen wollt, ob das Mikrofon auch mit ansehen soll. Und die Bildrate hier, die ist auch noch wichtig. Je höher die Bildrate ist, also die Bildwiederholfrequenz hier von dem Video dann später, desto speicherplatzintensiver wird das auch. Also auch da nochmal ein bisschen aufpassen. Auch die letzten beiden Punkte hier sind interessante Gesten, Anzeigen und Antippen von Tastenanzeigen. Niemand weiß ja wirklich, wo ihr jetzt hingetippt habt. Wenn ihr zum Beispiel euren Freunden was erklären wollt, sehen die ja nicht, wo ihr dann hingetippt habt oder welche Taste ihr gedrückt habt. Das könnt ihr tatsächlich mit den beiden Punkten hier sichtbar machen. Von daher empfehle ich das auch immer. Und ja, einfach hier auf die Aufnahme klicken, wie gesagt, und dann kann man es später hier wieder stoppen. Mit dem X wird dieses kleine Tool los, aber ihr könnt das jederzeit halt wieder haben, wenn ihr hier halt auf die Bildschirmaufnahme klickt. Wir kommen nochmal zum Thema Energiesparen. Es gibt so eine kleine Möglichkeit hier, einfach mal gewisse Sachen zu reduzieren und man spart dann einfach ein bisschen Energie, was ja nicht verkehrt ist heutzutage. Wir scrollen mal runter hier, scrollen nochmal runter und dann haben wir so ein Batteriesymbol. Wenn wir mal draufklicken, dann wird halt im Hintergrund das eine oder andere abgeschalten, ein paar Hintergrundaktionen und halt auch der Prozessor wird ein bisschen reduziert, was normalerweise absolut okay ist, weil ja, ihr braucht nicht immer die volle Leistung. Also sogar ganz, ganz selten. Von daher kann man das immer aktiv lassen. Aber es gibt auch noch einen Energiesparmodus, der eine ganze Menge rausquetscht. Wenn ihr mal nur noch 5% oder so auf eurem Handy habt und ihr müsst noch ein paar Stunden damit aushalten. Das funktioniert tatsächlich. Ich zeige euch mal, wie. Wir tippen hier mal auf das Symbol für die Einstellung. Gehen dann hier nochmal auf den Punkt Akku. Und jetzt haben wir hier den aktuellen Modus, das ist der Energiesparmodus. Hier nur mit 9 Stunden. Ich gehe jetzt mal auf den normalen Modus. Der hätte jetzt noch 7 Stunden 36 bei meiner Akkulaufzeit von 28%. Das ist je nachdem, wie ihr das nutzt. Das ist nur geschätzt hier. Wenn wir diesen Energiesparmodus, den wir gerade aktiviert haben, sind wir hier immer schon bei 9 Stunden. Man kriegt schon ein bisschen mehr. Aber wirklich, wenn ihr das Maximum rausquetschen wollt aus dem, klickt ihr hier ganz unten. Der Ultra-Energiesparmodus, der hat fast das Dreifache. Also der würde aus diesen ursprünglich 7 Stunden oder hier 9 Stunden in dem Energiesparmodus 24 Stunden machen. Ich klicke mal auf OK. Und dann haben wir wirklich 24,5 Stunden. Wahnsinn, oder? Also das Dreifache. Oder mehr als das Dreifache vom Normalen sogar. Und genau. Was passiert hier? Das Display ist erstmal in diesem dunklen Modus. Außerdem kommt dieser Screen-Timeout, also sozusagen, dass der Bildschirm dann schwarz wird, immer relativ schnell. Und wir haben eine limitierte Auswahl an Apps. Die können wir aber hier noch vervollständigen. Also man kann noch weitere Apps und so weiter raussuchen. YouTube Music oder was weiß ich. Dann wird das halt hier entsprechend mehr. Also limitierte Apps und so weiter und so fort. Eine super Sache. Und es wird auch nichts gelöscht im Hintergrund oder so. Es ist einfach nur eine andere Oberfläche, die halt extrem viel Energie spart. Und das kann euch tatsächlich auch mal das Leben retten. Weil so ein Smartphone ist schon wichtig, dass man halt auch mal einen Notruf absetzen kann und so weiter und so fort. So, und ich empfehle euch dann, wenn ihr die Chance habt, wieder euer Telefon zu laden und alles okay ist und so weiter und so fort, dann kann man hier oben, halt, da ist jetzt wieder weg, jetzt kann man hier oben tippen, um das Ganze zu beenden. Und wir sind dann wieder zurück im normalen Modus. Und wie gesagt, da wird nichts gelöscht im Hintergrund und so weiter und so fort. Das ist alles da. Ihr könnt theoretisch sogar Spiele spielen. Habe ich mal probiert in diesem Ultra-Energie-Sparmodus. Das funktioniert auch. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Videos und da möchte ich euch nochmal ein KI-Tool zeigen. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Wir tippen mal hier auf die Kamera. Und jetzt haben wir oben hier so ein offenes Quadrat mit so einem Punkt drin. Da klicken wir mal drauf. Und jetzt sind wir in Google Lens. Und Google Lens kann Dinge erkennen. Wenn man nicht weiter weiß, zum Beispiel, was das jetzt hier ist, dann kann man das sozusagen jetzt hier abfotografieren. So, und jetzt sagt mir das Programm, was es ist. Und zwar eine Büroklammer, die ich theoretisch sogar nicht kaufen könnte, wenn ich das brauche. So, wir gehen mal einen Schritt weiter. Ich gehe mal zurück hier. Zum Beispiel das hier. Das sind zwei Slotty-Münze aus Polen. Und wenn ich die mal abfotografiere, schauen wir mal, ob man das erkennt, weil das ist schon speziell. Aber ihr seht, selbst die Lichtverhältnisse müssen nicht mehr perfekt sein. Der erkennt tatsächlich hier auch diese zwei Slotty-Münze. Also es ist ein super, super Tool und funktioniert im Übrigen auch für Gebäude, für Pflanzen. Wenn ihr nicht wisst, was das für eine Pflanze ist, haltet euer Telefon drauf, der sagt euch das dann. Oder Tiere oder Essen und so weiter und so fort. Also eine super praktische Sache. Und dieses Tool kann noch mehr, zum Beispiel, der erkennt hier auch Texte oder auch Texte in anderen Sprachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal auf Übersetzen gehe und halte mein Telefon jetzt hier über diesen englischen Text, dann macht der mir eine Live-Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. Ich habe dem nicht mal gesagt, dass es Englisch ist. Und der macht das automatisch ins Deutsche. Und das kann ich mir jetzt auch abfotografieren und kann das jetzt hier unten auch bearbeiten, zum Beispiel. Ich kann jetzt hier die Sachen auswählen und so weiter und so fort. Kannst danach bearbeiten, macht sich super fürs Studium und so weiter und so fort. Oder ich kann mir diesen Text sogar anhören hier. Ich habe das gerade fleißig. Z-Magazin. Afrika. Ein Kontinent. Also, klingt jetzt ein bisschen lahm, aber hey, das ist trotzdem eine super Sache. Und das ist zum Beispiel mega praktisch, zum Beispiel auch für den Urlaub. Ihr könnt einfach eure Menükarte da im Restaurant abfotografieren und wisst endlich mal, was ihr da gerade bestellt. Also eine super interessante Sache. Guckt euch das Ganze mal an. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier ein paar nette Tipps und Tricks zeigen für euer Telefon. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben, wäre eine Riesenhilfe für meine Videos. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht. Ein paar mehr Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Und könnt mich auch gerne abonnieren, wenn das ihr euch noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.